Ich habe, da ja das Kanzlerleben des Kanzlers Schröder abgeschlossen ist als Kanzlerleben, kann ich vielleicht sagen, dass ich damals abschließend nicht richtig gefunden habe, dass er den Parteivorsitz abgegeben hat. Das war aus meiner Sicht irgendwo dann, so ist es jedenfalls mein Verständnis, eigentlich absehbar, dass damit auch etwas Wichtiges nicht mehr da war in einer Hand. Ich kenne ja Franz Müntefering, kann das alles gut verstehen, aber ich sage nur, das war für mich so ein Punkt, wo ich irgendwie gedacht habe, das hat Konsequenzen.